Schießt du da drauf? Ja, auf den Sandi, aber wir sind weg, Alter. Ah, das ist geil, das geil geht. Gar nicht gesehen. So, drei wahrscheinlich, oder? Einer, da war nebendran gehockt, ich hab ihn aber nicht gesehen, aber ein Kollege oder der eine hat ihn gesehen. Wir hatten weggemacht. Hast du irgendwas bei deiner Lippschrank gezerzt oder noch nichts? Nee, gar nichts, ne. Ich spare momentan, ich weiß zwar noch nicht, auf was für Waffen, aber wenn ich 2000 Serts habe, kaufe ich mir, was ich will nämlich am Ende vom Jahr die, äh, die, die Kanone haben, die Rakete. Ja, die kostet 1200. Ja, siehst du, da muss ich dann, oh, da ist doch noch einer. So ein Spion. Ja, auf jeden Fall, die würde ich mir am Ende des Jahres kaufen, wenn es die wieder gibt. Zu Silvester vermute ich mal. Ja, das ist einfach voll die Trollkanone. Ja, das ist ja nur, wenn man wirklich mal so, wie, wie am Dienstag? Dienstag. Wo man da gekämpft haben, wo er dann, äh, der Tag, die rauskommt. Äh, äh, ausgerollt hat und... Er wird sich nicht einsteigen? Im Moment, wir müssen, ich muss erst einen Punktcaptionieren, sonst... Wenn ich wüsste, wo der ist. Da. Hab ihn. 2 wahrscheinlich, ja. Na, ich komm aufs Dach. Ah, der Beste. Bin drin. Wollt ihr noch hierbleiben, Deffen, oder? Ja, ich glaub, das müssen sie jetzt haben. Es sind ja vier Mann. Drei. Das glaub ich. Ich glaub, das haben sie aber ja kein Spornbeakon und nix. Okay, ja. Was kriegen? Was kriegen die schon auf die Reihe? Aufmaß mal, würde ich nicht sagen. Aber wir wissen ja, hätten sie sowieso warten müssen. E-Caption können. Ne, aber so kann man jetzt noch ein paar Panzer jagen, auf jeden Fall. Hinten, hast ihr Bulldog drauf? Ah, ne, das ist die normale Standard. Unter uns. Hö, das ist unser Problem. Wo ist denn der McGweiler? Da, recht. Äh, ich komm, ich kann nicht markieren, ich komm nicht hoch genug rum. Oh, ist dieses Flak, ist das? Wir haben ihn. Kill. Jetzt geh ich grad auf die Flak. Naja, jetzt sind wir hinten dran. Aber die Mecquire da haben wir gekillt. Uuuuh. Was sind das noch? Auch nochmal Flak? Up and Command. Was treiben die da unten? Die schreiben bloß rum. Warte, bleibt dran sitzen, gibt mir jetzt Herzpunkte. Echt? Ja, für Truppenheilung. Ah, okay. Das war wohl zu viel. Ja gut, das kann man ja mitnehmen. Äh, äh. Oh oh. Was? Er hat einfach über uns drüber gefunden, hat uns nicht gebracht. Galaxy? Skyt. Skyt. Skyt, oh god. Die lassen wir in Ruhe, weil ich so... Und jetzt schreddert bin ich noch nicht so gut, dass ich Skyt gut erwische. Ich hab gestern zwei, zwei, drei Mossys gekillt mit der Schred... Julee. Das ist irgendwie zweieinhalbtausend Punkte. Was wolltest du sagen? Ähm, die beiden Geschütze waren ja sowieso wieder aktiv vom Ding. Also, okay, dann hat sie's eh erledigt. So, wir kriegen jetzt noch die Punkte für den Rücken, wenn wir ihn kriegen. Willst du ziehen mal? Was? Äh, Liberator. Warum Punkte? Ja, ich hab auch die Schredder, ja, kann ich nicht machen. Ist egal, willst du und du fliegen oder? Ah, okay, dann fliegst du. Nee, nee, ich lande, ich kann gar nicht fliegen, also... Bei mir landen wir noch schneller am Baum. Ich bin... Äh, einfach Stellung drücken. Ich bin froh, wenn ich jetzt runterkomme. So. Aber ich den Halbenträger unten drunter parken. Nein, Bild auf ist es nicht. Ähm... Nein, Video aufnehmen kann ich jetzt auch nicht, da ist es. Äh, nur Truppenplatte und speichern. So, jetzt bist du drin. Ja. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts in der Aufnahme, ne, Aufnahme läuft noch. Gott, läuft noch alles, können wir weitermachen. Äh, das war gerade genau, weil du den halben Flügel und roter gepackt hast. Oh. Also die Plattform, äh? Äh, und dieses Parkteil. Ah, okay. Das ist natürlich ungünstig. Du hast mir ja noch ein Geschütz, okay? Da ist irgendwas, was für uns geschießt, aber ich komme nicht hin. Schießt du da drauf? Ja, auf den Sandi, aber wir sind weg, Alter. Ja. Ja, das ist geil, das ist geil gerade. Ich habe sie markiert. Wie ich sie markiert habe. Aber sag mal, eine Lib hat gar nichts, also kein Auto, keine Brandunterdrückung, gar nichts. Ich bin jetzt genau so weit. Ja, ich glaube, da muss ich echt mein Cert investieren dann demnächst, wenn ich genügend habe. Ja, bei 2000 kannst du das ja machen. Ja, 800 Mal investieren in die Lib. Ups. Das wird wieder so gut wie neu sein. Und nächstes Mal vor allem, äh, Inji nehmen. Dass ich da auch die Punkte kriege. So. Gucken wir, ob wir die Sky Guard holen können. Wo ist er? Hier unser Sandi. Okay. Da fliegt was rum. Hm, drei. So kann ich besser gucken. Ah, Sky Guard hat's erledigt. So, da ist auch nix mehr. Oh, irgendwas beschießt auf uns. Da wieder ein Sandi auf der Straße. Oh, oh. Oh, oh. Wie schießt die Galaxy? Wie geh ich noch von hinten? Da geht's ja. Das ist ganz schief. Ja. Ich hab das nur weg. Ich hab zwar ein bisschen was, der ein bisschen was gegeben, aber... Also das... Wollt ihr uns? Äh, das Guide? Nein, die... Aber die Galaxy brennt. Oder brennt fast. Sagen wir mal so, die brennt fast. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das ist ganz schief. Das ist ja eine ganz ungünstige Position hier. Irgendwas beschießt uns trotzdem. Ich glaub, was wir gescheitt landen. Ja. Ich kippe mal einfach um. Hm, ja. Einfach so sitzen bleiben. Ja, ich bewege mich nicht. Ich atme auch nicht. Ich glaub, na wär schon gut. Ich glaub, irgendwas... Die kleinste Bewegung wird uns zum Umkippen bringen. Ja, das geht. Aber sobald halt wieder einsteigt, bewegst du die Galaxy. Durchs einsteigen, deswegen. Ja, eben. Ich kann ja eh nicht. Wir haben leider auch keinen In-Sheet dabei. So. Sind ja heute seit mal das Facebook checken. Was Neues gibt. Und weiter geht's. Äh, geh in die Schredder. Ja. Ich muss ein bisschen höher als ich... Galaxy? Ist die noch da? Nee, das gibt's doch nicht. Was beschießt? Ah, sie flack. Ja gut, sind wir außerhalb vom Schutzbereich. Oder? Ja. Jetzt sind wir mit was durch. Unter uns ist auch nichts. Die Schredder hat das einzige Nachteil bei der Waffe ist, die hat einen ziemlich beschränkten Sichtraum. Also ein ziemlich beschränkter Sichtraum hat. Hört's ja nicht, wenn wir die ganze Zeit so sammeln. Ja, wir müssen ein bisschen drüber, also ein bisschen höher drüber, dass ich die Galaxy machen kann. Also gibt da nämlich schön. Ich glaub 500 Punkte. Ja. So, wir wissen alles was gibt zu sagen. Wenn wir das Geschütz einmal weg haben, dann können wir immer wieder drauf fahren, wenn sie es rappen. Ja. Damit kannst du wieder rein, Schredder. Ja, ich guck nur, ob uns irgendwas verfolgt. Deswegen wir hier gerade in der Drake. Wir gehen schon wieder in Angriff. Okay, dann gehen die Schredder. Schön dazwischendurch. Wir sind noch da. Ah, ich komm, der wird repariert. Ich komm aber nicht hin. Hast du sie jetzt gegrillt? Hm. Ja, also es ist ein 20 Stück. Ich mach das Geschütz kaputt. Ah. Wir sind irgendwo im Visier, schau mal. Ich bin gerade am Geschütz dran. Es ist weg, er ist weg. Und im Visier? Oh, du musst weiter nach rechts, 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 rechts. Oder links, beziehungsweise von dir aus gesehen, links. Vielleicht schon. Naja, ich sehe niemanden, wo uns anvisiert. 3. Achso, du bist jetzt mit Schütze rum. Da unten ist ein Hawassara. Was? F º Hast du? 5 6